Hallo und herzlich willkommen zurück zu Batman Arkham Knight. Nachdem der Arkham Knight, der Name ist Gendel, in der letzten Folge seinen Cloudburst gezündet hat, während wir Poison Ivy beschützen mussten, werden wir jetzt mal rausfinden, was der Herr Stagg da denn fabriziert hat. Na super. So. Ab, ab, and away. Also Superman hätte die Stadt bestimmt schon gerettet. Super, ich hab festgestellt, wenn man hoch genug fliegt, dann ruckelt's auch nicht mehr so hart. Waren sie Masken? Hast du nicht gehört, das Briefing? Masken schlagen einfach das Ding an. Für etwa 10 Sekunden. Außerdem, es ist peor als die übliche Sachen. Vergiss es mit dem blöden, äh, mit dem blöden Elektroschock hier. Au. Das nervt ja sogar. Hey. Ich muss übrigens sagen, es ist mir gestern beim, beim Durchfarmen so aufgefallen. Au. Die neuen Gegnertypen finde ich echt grandios. Also, die sind zwar teilweise einfach nur auf den alten Gegnertypen basierend, aber das Spiel hier hat im Gegensatz zu Arkham Origins zum Beispiel ein, ein, äh, tatsächlich... Also, es fühlt sich wieder alles neu und frisch an. Natürlich kennt man die Spielmechanik inzwischen so, und, äh... Eigentlich ist es auch das gleiche wie immer, aber... Sie haben es trotzdem geschafft, dass es sich nicht verbraucht anfühlt. Super. Hallo? Na, wie passend, dass wir das Voice-Print-Ding haben. Dann wollen wir doch mal wieder... Na, sind das wieder 100%? Wahrscheinlich gibt es nur 100% oder nicht geschafft. Simon Stagg, open. Er muss seinen Namen dafür sagen? Woher weiß Batman denn, welchen Befehl er dafür braucht? Natürlich. Ist ja klar. Ist uns nicht zu schwer. Hallo? Tja. Komm doch mal her zu mir. Ist das draußen? Ja. Na, kommt er noch. Na, fuck. Wir werden uns mal kurz um die Drohnen kümmern. Oh, ich wurde entdeckt. Fuck, fuck, fuck. Okay, das ging ja noch. Und die nächste Drohne auch noch. So, dann haben wir die beiden schon mal... ...los. Es ist zu late, Badman. Ich habe bereits den Cloud-Burst. Stagg, du kannst dir jetzt helfen. Find ihn, man. Schau den alten Bastard aus seinem eigenen Blimp. Stagg, und du hast vielleicht den Cloud-Burst, aber wir haben gleich deine Miliz. Ja, Sir. Ach, da unten ist noch eine Drohne. Da ist die schon von uns gestört worden. Das muss doch die gleiche sein. Ach, verdammt. Na, seid ihr schnell genug? Nein, seid ihr natürlich nicht. Niemand wird hier gepatcht. Dich kriegen wir auch. Und Dich kriegen wir auch. Und Dich kriegen wir auch. Und Dich kriegen wir auch. So, wer ist denn jetzt noch? Drei sind noch übrig. Der da unten bietet sich doch geradezu förmlich an. Na, komm her. Sei brav. Und Dankeschön. Das glaube ich nicht, Tim. Na, kriegen wir die zu einem 4-Takedown? Na, okay, dann halt mich. Geht auch so. Ja, das wüsste ich auch gerne. Denkst du? Wieso hat er sich hier überall festgehalten? Hab ich hier gerade den Joker gehört? Dachte schon. Na komm. Wir sind mal nicht so... Hallo? Fingerprints. Ja, Batman. Da sind die Schimpansen drin. Ja, das denke ich wohl auch. Was war hier gerade? Climb up, oder was? Achso, nee. Okay, was geht denn da? Ist er da drin? Tatsächlich. Offensichtlich hat er mittlerweile sein Angstgas... Angriff hinter sich gebracht. Sich davon erholt. Tja, und wie kriegen wir das jetzt ins Badmobil? Das ist doch unter Gas. Okay. Alfred, Stagg hat mir einen Weg gegeben, um den Cloudburst-Tank aufzunehmen. Dagegen? Wie nett. Ich gehe zurück zum Badmobil. Ich muss einen Weg finden, um dieses Nimbus-Cell zu der Hauptkraftwerke. Aber, Sir, Crane's Toxin kann durch die Fibere verabschieden werden. Nichts sogar eine Gasmaske könnte dich schützen. Wenn du da zu lange bist, gibt es keine Ahnung, was passieren könnte. Dann muss ich schnell arbeiten. Hm. Tolle Idee. Wirklich tolle Idee. Na, schießt doch auf mich. Tja, dumm gelaufen, wa? Hm, nur die eine ist ja enttäuschend. Ja, ja. Wenn da keine Gasmaske gegenhilft, wie hat dann der Arkem Knight da keine Probleme mit? Das klingt ja verdächtig danach, dass es noch ein Gegenmittel geben muss. Ich würde ja sagen... Die Pflanzen waren ein guter Überzeugungspunkt. Vollnobel. Könnte man so sagen, wa? Da wir auch gerade die anderen Nebenmissionen ähnlich erledigen können. Kann man nicht das Batmobil irgendwie auf den Dach riefen mit dem Batwing? Das hat er schon. Ja, dann aber schnell. Ich will seinen Dialog nicht stören, deswegen bin ich gerade so still. Ich bin immer stärker, Bruce. Ich bin mehr жив, mit jedem Atmobilz, den Sie nehmen. Sir, keine Ahnung, nicht mehr Atmobilz. Geh nach mir jetzt. Bleib ruhig. Geh tief, langer Atmobilz. Dicht, langer Atmobilz. Oh, all that effing time out! You giving spiebie bats! Oh ha! Rock up my bats, see I'm getting free! Soon you'll be the one trapped inside me. So keep taking breaths, great lungfuls of fear! Soon bats will be gone and I will be here. Okay, sweetheart, one more! I'll kill him! You stick in every brain cell, your grey matter is turning green! Batman is doch die personifizierte Willenskraft! Mr. Rose, are you alright? Sir, are you there? Ja, noch. Give me a moment, Alfred. I'll be fine. Hm, seine Augen haben nicht mal grün geflackert. You're not looking too good, old boy! It won't be long now till I'm behind the wheel! I'll just think of the fun we'll have then! Brains, Brawn, Brutality, the full package! You will have Gotham, man or mercy! You know what the best part is? You'll be there with me every step of the way, watching it all from the passenger seat! I don't know about you, pal, but I can hardly wait! I can't, Batman! My plans are too weak! Then tell me where to find another! There's a tree buried deep beneath Founders Island! The Miyagani people call her Ayana! I'll find you! I can't leave the car! The scarecrow's toxins are too dangerous! Ah, I thought it's me! Ach, Batman is doggt entspannt! Aber das sieht wirklich, äh, schon irgendwie bedrückend aus, hier! Ich hab' auch den Eindruck, die Straße hat sich ein bisschen verändert! So, hat's hier so grün geleuchtet! Da lang. Ah, ich glaube, ich weiß wo. Nehmen wir mal ein bisschen Anlauf. Powerlos. Hm, knapp. Wie praktisch. Das kriegen wir doch hin. Alles kein Thema. Ich habe die nicht eh, aber die sind gar nicht offline. Die sind gar nicht offline. Wow. Okay, ich habe es ja vorhin gesagt, mit Maus und Tastatur sind diese Begegnungen leichter zu steuern, aber ich bin jetzt zu faul. Na komm, übernehmen wir doch mal ein paar von den geilen Dingern. Wow. Ohne... Äh, aber da ist das gar nicht mal so leicht, die Gegner zu orten und so. Okay, weißt du was? So lustig das mit den Crits auch ist. Was ist over? Du bist over, over and out. Was war das? Okay, die Dinger sind nur Deko. Oh. 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 Das ist doch auch so eine tolle Crits Stelle. Oh. 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 Also was ist das? Ich möchte vor directamente nach dem Zentrum des Containers. Oh. 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 Wo sind denn die tollen Twin-Rattler hin? Die vermisse ich gerade irgendwie. Jetzt war ich gerade dabei, meine Raketen zu verschießen. Mann, Mann, Mann. So, eigentlich ist die Zeit auch mal wieder um. Aber ich werde mir jetzt noch wenigstens das mit der Pflanze da gönnen. Hallo? Schön, wie der Joker da dezent daneben steht. Will ich hier eigentlich jetzt so? Hier kann ich auch wieder aussteigen. Hier ist alles sicher. Was hat er da jetzt rumstehen, bitte? Wo geht's denn hier jetzt weiter? Okay, ich dachte, das geht schnell. Aber dann sage ich mal, ich werde gleich mal rausfinden, wie es hier weitergeht. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!